So, ich zeige euch mal die Next Stop Paris App. Das ist eigentlich im Grunde genommen eine Metro App, damit ihr euch mit Bahnen und Straßenbahnen in Paris nicht zurechtfinden könnt. Was, glaube ich, nicht drin enthalten ist, aber ich habe es nicht gefunden. Das sind die Busverbindungen. Also das ist nicht drin. Aber so war es für mich super. Ein Beispiel, wir sind jetzt hier auf dem Startscreen. Die ist jetzt nicht so die beste Grafik, sage ich mal, die beste Übersichtlichkeit, aber man findet sich okay zurecht. Also wer was finden will, um von A nach B zu kommen, geht auf weitere Optionen. Gibt dann hier entsprechend oben bei Abfahrt und Ankunft die Zielorte ein. Adresse, Straße, Orte, Namen von irgendwelchen Points of Interest. Oder wie ich hier schon, ich habe das hier schon fertig, näher mal Port de Versailles. Dann vom Flughafen zum Port de Versailles. Da hat die mächtige Stadt gefunden, wo ich nämlich war. Seht man hier schon 65 Minuten in dem Bereich hier. Da hat man schon einen Übersichtsplan. Den kann man natürlich nicht rauszoomen. Oben rechts ist der Flughafen zu sehen. Und dann geht es ja weiter so runter. Dann sieht man die Umstiegsbahnhöfe, mit welcher Bahn es weitergehen würde, bis runter zum Zielpunkt. Also schon mal auf der Karte. Und das Umstiegshinweise mit der M12 dann, also bis Port de Versailles. Dann Montparnasse, Bienvenue, aussteigen und dann weiter auf Saint-Michel und dort umsteigen zum Flughafen am Ende des Tages. Also genau, ich habe es ja umgekehrt. Der Flughafen ist mal Zielpunkt. Und Port de Versailles war der Abfahrtsort. Ja, das war schon im Grunde genommen erstmal das Wichtigste. Da habe ich noch natürlich eine zweite Möglichkeit. Warte mal, finde ich das zum Beispiel. Nehmen wir das hier. Das wollte ich noch zeigen. Es gibt dann unten beim Zielankunftsort auch natürlich noch eine Karte. Das heißt, ich steige aus der Metro hier im grünen Punkt aus und soll dann quasi rüberlaufen und nicht an meinen eigentlichen Ankunftsort zu Fuß. So, das waren die Funktionen mit der Routensuche. Auch mit den Bookmarks, die ihr halt, wie ihr schon gesehen habt, über weitere Optionen speichert die letzten gesuchten Strecken. So, geht es gleich weiter. Hier haben wir der Ansicht der Fahrkarten. Also, wer sich in Paris befindet, muss ja wissen, welche Tickets gibt es überhaupt, was kosten die. Das sieht man immer hier entsprechend. Zum normalen U-Bahn, Metro-Stationen, Trambahnen und Buslinien. Wie komme ich dann ein bisschen weiter, wenn ich Sehenswürdigkeiten sehen will. Freizeitpark Disneyland oder halt zum Flughafen, Bus oder Bahn. Kostet 10,30 Euro oder noch andere Buslinien. Das ist also schon mal hier die Übersicht. Hier kriege ich nochmal eine genaue Beschreibung. Und wer eine Tagesbeschreibung sucht für Paris, kann angeben, auch Mensch, ich bin einen Tag da oder sogar zwei. Paris-Zentrum, ja, Versailles will ich. Ich will auch zum Flughafen wieder. Und kann den Ausfall bestätigen. Bekommt dann hier eine Gesamtübersicht, wie, was, wo und in welchen Zonen, von wann bis wann gilt. Und dann siehst du hier für zwei Tage. Kostet den Erwachsenen ab 40 Euro und für Kinder halt die Hälfte. Ja, wo findest du die Pauschalfahrkarten? An den Verkaufsschalter der Bahnhöfen. Oder der Station, der Metro-Station. Neffbarerige Automaten mit Kreditkartenabrechnung. Oder im entsprechenden Flughafen. Stadion wohl. Von mir aus Terminal 2E. Das hier geht 11, 7.15 Uhr bis 21 Uhr. Und zu guter Letzt ein bisschen Sehenswürdigkeiten. Die kann man suchen oder halt sich in Audio-Guides reinziehen. Ziehen wir uns mal den hier rein. Chateau. Schauen wir das mal an. Chateau de Vassin. Endstation. Alles aussteigen. Es wäre schade, sich diesen Ort entgehen zu lassen. Genau. So. Also auch ein bisschen Audio gibt es auch. Natürlich kann man die Sprache auch verstehen. Es gibt es in verschiedenen Sprachen. Französisch, Englisch, Spassjapanisch, Chinesisch, Brasilianisch, Russisch, Dänisch und Holländisch. Ja, Französisch sowieso. Also auch schon mal mehr spreche ich die ganze App. Im großen Ganzen gibt es noch noch andere Sachen wie auch Startpläne. Das sollte man vielleicht noch kurz zeigen. Da haben wir den Metroplan von ganz Paris. Auch wieder Zumba. Startpläne von Paris. Ja gut, das ist eigentlich die Google Maps Karte. Und den Fahrplan Nachtbus. Genau. Wer mal lump, ein bisschen länger bleibt in den Zonen 1, 2 und 3. Weiß dann halt wer mit dem Bus, welchen von wo nach wo kommen kann. Ja gut, man kann das auch anklicken. Glaube ich, oder? Wie war das? Das kann man mal planen. Da kann man irgendwo hier drauf, wenn ich es noch treffen würde, und sich dorthin begeben. Und da hat er schon übernommen als Ankunftsort. Und jetzt kann man oben noch irgendwas eingeben. Und dann ist man schon da. So. Das war NextStore Paris. Wirklich eine kleine praktische App. Nicht die allerbeste Graphical User Interface, also GUI. Aber es reicht für dich aus. Mir hat es genutzt und ich kam überall hin, wo ich wollte. Relativ easy.